Heute bei Nikera, ja, fällt mir ein Affe wieder in den Händen, ja, denn mich will ich haben, ja, der krelt mir wunderbar. Ein Affe, ja, muss ich haben, ja, der ist so wunderbar, wunderbar. In Natur, ja, sieht man für einen Affen gar nicht mehr. Aber bei Nikera gibt es mir nicht zu kaufen. Was kostet er? 13 Euro? Keine Ahnung. Nein. Klar, kommen und kaufen, ja. Bei Nikera gibt es ein Affen, ja, ein Affen, ja, wie wunderbar. Ein Affen bei Nikera, ja, komm, 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 schnell nachher, ach ja, denn es gibt ein Affen, ja, zum Kaufen wie und wahr. Der ist ja so lustig, ja, komm her und kauf mit mir ein Affen, ja.